Hallo, ich bin Philipp aus Deutschland. Ich bin hier in Kelani für zwei Wochen gewesen. Mein erster Lehrer war Tite, mein zweiter Eugene. Das sind wirklich sehr gute Lehrer gewesen, die viel motivierter waren, den Leuten Englisch beizubringen als bei mir in Deutschland. Ich war in der Wynn-Family und das waren wirklich sehr nette Menschen da. Ich hatte genug zu essen, die waren sehr nett. Die Kinder waren auch sehr nett. Und mittags hatten wir Aktivitäten und da in den Aktivitäten sieht man sehr viel von Irland und von Kelani. Das ist wirklich schön. Meine Lieblingsaktivität war das Kajakfahren auf dem See. Und Kelani? Ich habe gesagt.